Norddeutscher Rundfunk 2021 Guck mal, Marsch, ist das kalt. Hast du es bald? Ja, halt du lieber die Leiter. Magst du ein Bier? Moment. So, jetzt war es halt. Nimm es. Alles okay, oder? Nein, Depp, zieh mich rauf. Was? Raufziehen, Kruzifix. Ja, aber das ist jetzt ungünstig. Spinnst du? Na ja, ich hab doch immer die Schwierigkeiten mit der Bandscheibe. Ich glaub, du hast einen Vogel. Nein, der Doktor hat gesagt, nicht bücken und nix schwer heben. Mein Doktor hat gesagt, ich soll nicht vom Balkon unterfliegen. Haha, guter Spruch, jetzt kommen wir rauf. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Jetzt mach keinen Scheiß, zieh mich rauf. Hey, relax, ich hab echt Probleme mit dem Rücken. Nur eine kleine Bewegung und ich muss operiert werden. Bandscheibenvorfall. Aber ich könnte ja vielleicht jemand anrufen. Magst du mich umbringen, oder was? Wie meinst du das? Wo ist denn eigentlich das Telefon? Na super. Immer wenn wir zwei einen Disput haben, dann haust du ab. Du bist einfach nicht konfliktfähig. Das ist dein Problem. Ah, na scheiße. Jetzt hab ich mich verrissen wegen dem Arschloch.